Wenn ich hier viel verkackt habe, wenn ich zum Beispiel eine scheiß interne Verlinkungsmatrix habe, das heißt, ich habe jetzt hier die Startseite und hier habe ich 100.000 Seiten und die sind halt nicht gut verlinkt oder was weiß ich. Ich habe einfach zu viel Double-Kate-Content und habe sehr schlechte UGL-Struktur. Wenn ich jetzt links draufziehe...